Und ein Moinsen zum Stadionvlog gegen den VfL Wolfsburg bei Bombenwetter, 17, 16, 18 Grad, mal wieder Trikotwetter, richtig geil, alles ist angerichtet für einen geilen Fußballmittag, ausverkauftes Haus sowieso, Gästevlog nicht möglich, aber ist auch nichts Neues aus Wolfsburg, Sonnetrikot ist da, das schwarze Vielfalttrikot sag ich mal, und bei uns, hab ich schon tausendmal angesprochen, aber gutes Omen, wir haben in allen Sondertrikots unter Jaco gewonnen bisher und wir haben eine wilde Abschießkonferenz, bin mal gespannt, wie ist es einblenden im Stadion währenddessen oben auf der Leinwand, aber du hast Hertha gegen, oder in Hoffenheim gleichzeitig, Schalke in Augsburg, Bochumspiel gegen Leipzig, da ist heute dermaßen ein Sprung drin in der Tabelle, wenn du heute gewinnst, in die anderen Patzen, was da passieren kann, vielleicht ein paar Unschieden passieren, gehst du als Spieltagsgewinner hier raus, Ich gehe auch 100% davon aus, dass wir heute gewinnen, ich habe wirklich heute, vielleicht ist es ungesund, keine Ahnung, ich habe wirklich ein ungesund gutes Gefühl heute gegen Wolfsburg zu Hause, musst du auch gewinnen im Abschiedskampf, ist ganz klar, nächste Woche eine Woche Länderspielpause, danach zieht die Bundesliga vollkommen durch bis zum Ende der Saison, wir hatten jetzt tatsächlich rund ums Frankfurt-Spiel, 26 Jahre Kommando Cannstatt, vielleicht gibt es irgendwie, ich rechne nicht mit einer großen Kurio oder so, vielleicht was Kleines in die Richtung auch noch, ich habe sehr, sehr Bock drauf, bin sehr positiv gestimmt heute, gewinnen wir das Ding, los geht's! Das Ding, los geht's! ... bis der Hunde, zweier Roten schießt das mich hier im Stich Stuttgartстрatstoff, Stuttgart kob Applaus Auf geht's, Jungs, aus Cannstatt, hey, Jungs, aus Cannstatt, auf geht's, Jungs, aus Cannstatt, auf geht's, Jungs, aus Cannstatt, oh guck mal, und deswegen spielt er auf, Akkord ab, bitte! Komm jetzt auf, was soll die Scheiße eigentlich, ohne Witz. Auf Gottes Willen, Alter! Wir haben schon drei Sekunden gekocht. Schaut die Kamera vor drei Sekunden aus, ich sag jetzt fällt es. Und dann fällt es, wunderlos. Aufmach, Renn! Aufmach, Renn! Aufmach, Renn! Aufmach, Renn! Aufmach, Renn! Viererwechsel, Junge. Der Nationalspieler kommt. Das war eine gute Flanke oder sowas. Oh, ich sieh's doch! Ich sieh's doch mal, meine Kühne! Es ist aber nicht davon, was der Hoffs hatte von der Aktion. Uiuiui! Volk zum Volk B! Volk zum Volk B! Volk zum Volk B! Alter Brüsch! Oh mein Gott, der Typ! Ist unser Leben, gibt's uns so viel! Ole, ole, ole! Ole, 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 ole! Ole, 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 ole! Wir sind immer für euch da! Oh, mach mich gut da! Ist unser Leben, gibt's uns so viel! So eine Kulisse, so ein Rottspiel wie im fucking Wolfsburg! Steh auf, wenn ihr schabend seid! Steh auf, wenn ihr schabend seid! Steh auf, wenn ihr schabend seid! Das ist so ein kranker Support von Hütz. So ein Scheißkick. So ein Support für so einen Scheißkick. Ja! Und, und... Nee! Er holt es an, er holt es an, er holt es an! Er holt es an! Du kannst mir jeden Scheißkern wiedergeben, tu's einfach! Ah, keine Gutscher, wirklich! Das ist so undurchsichtig alles! Ich seh halt nix, wo wir uns losließen sollen. Auch mal so'n Lucky Punch wie letztes Jahr gegen Wolfsburg. Schmeeeekt! Eine Aktion vielleicht auch, wenn er ganz gutig ist. Ist doch nicht, weil wir auf dem Club sind. Jämmerlich! Jämmerlich! Jetzt will ich jeden Spieler, obwohl ich so scheiß Kurbel sehe, wenn ich einen sehe, der abhau, Alter! Wenn ich einen sehe, der einfach heim geht! Aufmach renn! 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 So, jetzt kommt ein Fazit! Das ich mir gut vorstellen kann, das es länger wird das Fazit als der Stadion Vlog selber Klar, ich habe mein Format mit Stichpunkten dies, das Auch noch Einzivideos möglich, aber ich hau trotzdem jetzt erstmal alles raus dann wiederhole ich mich halt in weiteren Videos Dann ist es halt so, das war eine komplette Bankrotterklärung Bankrotterklärung. Fertig aus. Das war eine komplette Bankrotterklärung. Von Minute 1 an bis Minute 90. Nichts. Nichts. Überhaupt nichts. Verdient verloren. Natürlich trifft man Musch. Ist der Klassiker. Brauch man nicht drüber reden. Es passiert immer so mit Ex-Spielern. Mal gucken, ob ich mich irgendwie sortieren kann. Wie unten so ein paar Stichpunkte stehen. Was ich ganz vorne sagen will. Stimmung war geil. Stimmung war richtig geil. Weißt du, du spielst zu Hause. Ausverkauftes Haus. Geiles Wetter. Wolfsburg kommt da mit 500 Fans daher. Beim Torjubel gehört gar nichts. Gegen so eine Mannschaft, die es in der Liga nicht mal braucht. Ganz simpel. Stimmen die meisten zu. Wolfsburg-Fans nicht zu eng nehmen. Hörte glaube ich auch nicht zum ersten Mal. Gegen so eine Truppe spielst du so ein Scheißspiel und da ist Stimmung drin, als würdest du gerade 3-0 führen. Das ist wirklich, es tut jedes Mal aufs Neue wieder weh. Ja, im weitesten Sinne Fan von diesem Verein zu sein. Oder diesen Verein zu bejubeln. Wie auch immer. Weil diese Mannschaft hat es einfach in den meisten Spielen nicht verdient. Fertig aus. Sie hat es nicht verdient, diese Mannschaft. Hat sie einfach nicht. So. Was auch natürlich für mich auch ein wildes Zeichen war. Oder was auch irgendwie neu ist. Das kann man jetzt positiv und negativ auslegen. Aber in Frankfurt ein Dreierwechsel nach 60 Minuten. Jetzt war es ein Viererwechsel nach 60 Minuten. Bruder. Also kannst du jetzt auslegen, dass du Kadertiefe hast und sowas machen kannst. Oder kannst auslegen auslegen und sagen, ey, der merkt jedes Mal in 16 Minuten, dass seine Startelf eigentlich scheiße war. Oder dass die Spieler auf dem Platz kacke waren. Das ist halt auch komplett vorgewillt. Elfer, ganz kurz nur angesprochen, weil ich es auch nicht gesehen habe, die Szene. Auch keine Wiederholung gesehen habe, nichts gesehen habe. Habe nur gelesen, dass man ihn durchaus geben kann. Wäre auch nichts Neues, wenn wir so Handelfmeter halt nicht bekommen. Die andere bekommen, wie gesagt. Ohne die Szene gesehen zu haben. Wir haben gesehen, was Leipzig für den Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen hat. Bei ManCity. Wir haben gesehen, was die Hertha von Elfmeter bekommen hat gegen Mainz. Ohne die Szene gesehen zu haben, würde ich meinen, dass es dann bestimmt irgendwo auch einen Punkt gab, wo man sagen kann, den kann man geben. Wäre auch nichts Neues, dass wir ihn halt nicht bekommen. Aber ist mir auch egal, wir hätten es auch nicht verdient gehabt. Fertig aus. War eine scheiß Leistung. Und ich glaube, ich habe auch ein Meme reingepackt, direkt nach meinem Intro. Ich war scheiße gut gelaunt heute. Ich hatte verdammt viel Hoffnung, dass man es gerafft hat. Noch eine Länderspielpause nächste Woche. Wichtig hier. Junge, ich gehe da hin, setze mich ins Intro und sage, wir werden Spieltagssieger. Da lachst du dir ja den Arsch ab. In bester Thomas-Doll-Manier. Da lachst du dir ja den Arsch ab jetzt nach dem Spiel. Also alles andere als das. Muss ich mal angucken. Wir sind 18. Wir sind 18. Letzter Platz. Letzter Platz. Also, klar, gleichermaßen kannst du auch so Klubs angehen wie Leipzig. Warum zur Hölle verliert ihr in Bochum? Was soll das? Aber am Ende des Tages sind wir selber schuld. Dass Hoffenheim Hertha schlägt, ist auch ganz wild. Also, Spieltagsverlierer sind wir sowieso. Wir sind 18. Aber Hertha auch ganz tiefe Verlierer dabei. In Hoffenheim zu verlieren, auch Vogelwild. Und bei Schalke halt, wenn es läuft, dann läuft es. Dann kriegst du halt in der 93. noch einen Elfmeter und machst 1 zu 1. Dann läuft es halt einfach. Sonst wäre es wahrscheinlich der klassische 1 zu in der Augsburg Sieg geworden am Ende des Tages. Ja, ich ging rein und dachte, es wird ein Spieltag Sieg und wir stehen komplett am Arsch. Wir stehen komplett am Arsch. Ganz klar natürlich auch Trainerdebatte. Trainerdebatte ist aufgemacht, wird aufgemacht. Bild schreibt schon, dass er wackelt. Braucht mir aber keine Bild zu erzählen. Es ist logisch, dass er wackelt. Ich glaube, es ist zehn Spiele gemacht oder so und ein Sieg. Ich weiß nicht, ob Pokal, also Pokal wäre noch ein zweiter Sieg. Ich weiß nicht, ob der in die zehn Spiele, ja dann halt nicht, irgendwie elf Siege, elf Spiele, zwei Siege, irgendwie sowas. Ist zu wenig. Also ich möchte vorweg sagen, dass ich, ich habe vielleicht auch in den Videos gemerkt, ich habe schon was übrig für Labbadia. Ich habe was übrig für ihn. Ich fand die Idee nicht verkehrt, weil er ist eigentlich der Nummer eins Feuermann, noch nie abgestiegen. Ich mag ihn auch persönlich vom Typen her, ohne ihn jemals kennengelernt zu haben. Aber ich habe irgendwie was übrig für Labbadia, so das mal vorher. Aber es wäre vollkommen akzeptabel, wenn er nach so einem Spiel fliegt. Es wäre vollkommen akzeptabel. Wir stehen auf Platz 18, das Thema Ergebnisse und wir brauchen Ergebnisse und hier und da und irgendwie bleibt mal ruhig oder was, aber wäre gesagt, weiß ich gar nicht mehr genau. Nach hinten losgegangen. Nach hinten losgegangen. Nicht funktioniert. Fertig aus. Ein Sieg in den Bundesliga aus zehn Spielen, die es glaube ich sind unter Labbadia. Wohl, nee, sind das zehn? Krass, sind schon zehn. Habe ich auch mal gelesen. Also, wenn er fliegt, kannst du es auch. Ja, ist okay. Wäre okay. Mein Problem ist nur, also nach dem Spiel gab es auch ganz leicht vereinzelte Bruno-Rausrufe. Einen Ticken lauter, aber auch nur vereinzelnd waren Werle-Rausrufe. Ist ja auch klar, dass das dazugehört. So nach dem Spiel sowieso toxische Stimmung des Jahrhunderts. Also, gellendes Pfeif-Konzert, Aufwachen-Rufe, alles. Also, Vogelwild. Aber verdient, verdient. War auch selten so angepisst. Natürlich auch durch meine eigene, auch viele bei mir suchen, durch meine eigene Ausgangslage, dass ich reingehe und sage, wir müssen die besiegen. Wir gewinnen gegen Wolfsburg. Also, dieses positive Ding reinzugehen. Du wirst dann nochmal doppelt enttäuschen, wenn du positiv reingehst und dir was erhoffst. Also, wenn du dir gar nichts erhoffst vor dem Spiel, ist ja auch klar. Aber irgendwann dachst du dir auch, ja, selbst wenn das 1-1 noch fällt, dann wäre es halt gefallen. Ich hätte mich kurz gefreut. Aber selbst ein 1-1 hätte ich heute einen Fick draufgegeben. Sagt ihr, wie es ist? Wir mussten gewinnen heute. Wir mussten gewinnen. Fertig aus. Das hatte für mich Vibes, wie das Wolfsburg-Spiel letzte Saison. Nach einem Kack-Spiel in Hertha bei Berlin. Dann spielst du da auch so ein Kack-Spiel und hast noch ein bisschen Glück durch das 1-1 von Führig in der letzten Minute. Heute so war ja hier Ende der Saison letzte Saison genau das Gleiche. Gegen Wolfsburg wieder so eine absolute Scheiße gespielt. Aber ja, zurück zum Trainer. Problem ist halt für mich, wen holst du? Und das ist eine Frage, die mir keiner beantworten kann. Und dann ist also die Frage, machst du deinen Aktionismus und wirfst ihn raus bei dir in der Hoffnung, dass irgendwer kommt und es irgendwer besser macht. Aber wer? Wir haben schon die Nummer 1, den Nummer 1, ja, Abstiegskampf Feuerwehrmann-Trainer geholt. Haben wir schon. Was passiert jetzt? Zwei Extreme. Entweder du gehst komplett den klassischen Weg zurück und nimmst irgendeinen Jugendtrainer, nimmst irgendeinen jungen Trainer, der von mir aus auch absteigen darf, dann so gesehen und mit der Mannschaft nochmal aufsteigen darf, so in langfristigen. Aber ich glaube, ja, jetzt ist es aber Abschreiben, wäre auch für den Arsch, ist noch lange genug zu spielen. Oder jetzt schon uns fest als Abschreiber zu sehen, wäre auch Quatsch. Andere Extreme ist, gut, fuck, wir müssen drinbleiben, wir haben schon Feuerwehrmann Nummer 1, dann holen wir halt Feuerwehrmann Nummer 1 aus der alten Schule. Hol mal einen Felix Maggert, der würde das safe machen, sag ich wie es ist, der macht das bestimmt so, wenn du ihn fragst. Oder eben auch die andere Frage, zwei Themen, welchen Trainer kannst du holen? Wer ist auf dem Markt? Und zweiter Schuh, welche Trainer traust du einem Werle zu, dass er sie holt? Ich habe irgendeinen Tweet gelesen, dass Bayer Lorzer, glaube ich, in Frankfurt dabei war, der eigentlich auch meines Wissens keine Connection zu VfB oder zu Frankfurt hat. So, keine Connection. Und den hat halt damals auch einen Werle, glaube ich, nach Köln geholt, ne, Bayer Lorzer. Will irgendwer Bayer Lorzer statt Labbadia haben? Erwartet irgendwer, dass wir durch einen Bayer Lorzer auf einmal drinbleiben? Ich nicht. Anderes Thema als Gisdol, wird immer in den Ring geworfen, auch bei Hoffenheim in den Ring geworfen, aber Labbadia, äh Labbadia. Mataraz hat sich ja erstmal gesaved wahrscheinlich durch den Sieg. Gisdol der Nächste, halt auch klassischer, klassischer, ja, Abschießkampftrainer, klassischer Feuerwehrmann. Würdest du einen Gisdol besser machen als ein Labbadia? Glaube ich auch nicht. Also, wenn du ihn wirst, was sportlich vollkommen fair wäre, brauchst du jemanden, der Sinn macht, den du holst, Nummer 1 und da sehe ich gerade keinen, überhaupt keinen. Gleichermaßen muss man sagen, wenn du jemanden werfen willst, wenn du was ändern willst auf der Trainerbank, dann jetzt. Du hast jetzt die Chance, dass der neue Trainer zwei Wochen hat, bis zum Unionsspiel. Letzte Länderspielpause der Saison, danach kommt keiner mehr. Danach wird die Saison durchgeballert. So, wenn du ihn wirfst, dann jetzt. Na die nächste Frage, oder das nächste Gefühl von mir, entweder bewerfen ihn gar nicht, den Trainer, oder es fliegen noch mehr. Weil bei dem ganzen Hass, der auch entgegenkommt, du kannst es eigentlich nicht nur bei Labbadia belassen und Werle quasi den nächsten falschen Trainer holen lassen. Ich habe eben das Gefühl, auch da wieder keine Ahnung, wer übernehmen sollte, aber wenn du Labbadia entlässt, musst du eigentlich auch den entlassen, der ihn geholt hat mit Werle. Es werden extrem, extrem spannende Tage. Mein Gefühl generell sowieso zur Mannschaft, diese komm ich heute nicht, komm ich morgen Mentalität, kotzt mich nur noch an. Sie kotzt mich nur noch an. Wir haben Einzige Spiele, die echt was drauf haben, aber wo auch teilweise Leute dabei sind, ja, wo einfach das Gefühl hast, die wollen auch nicht mehr. Ein Borna Sosa zum Beispiel, hat seit ein paar Wochen schon das Gefühl, ja, der will seit fünf Transferfenstern weg. Der hat so langsam nicht mehr wirklich Bock drauf. Hier Dias die Szene gehabt bei der Auswechslung, wo er glaube ich nicht mal abgeklatscht hat. Da kann man auch das sagen, ja, ist halt ein Söldner, ohne jetzt auf irgendwen näher doof eingehen zu wollen, sinnlos. Die ganze Mannschaft war kacke heute so, fertig aus, nicht genug gemacht fürs Tor, oder, ja, Tor, wenn du ein Punkt gewesen bist, nicht genug gemacht für den Sieg. Aber, ja, ist diese Mannschaft überhaupt noch von irgendeinem Trainer rettungs-, rett-, rettbar, rettungsfähig? Keine Ahnung. Kann irgendein anderer Trainer sich noch retten? Nächste Frage. Kann das irgendwer? Kann das noch irgendjemand überhaupt? Geht das? Funktioniert das? Wir haben die gleichen Probleme seit drei Trainern. Denn selbst wenn wir gut spielen, Chancenwucher hatten wir unter Materazzo. Wir hatten ihn unter Walter davor auch schon. Wir hatten ihn unter Wimmer. Wir haben unter Badia in guten Spielen den Chancenwucher. Und dass man die Spiele nicht zumacht. Ne? Und mental. Es ist nicht seit gestern so, dass sie im großen Schaufenster gegen Bayern, gegen Frankfurt blibla blub ihre Top-Leistungen abliefern. Und dann gegen Wolfsburg und so kleinere Geschichten spielen. Ja, nach dem Motto, ja, wenn wir heute nicht gewinnen, halt nächste Woche irgendwann. Ist diese Mannschaft spielerisch und mental überhaupt noch trainierbar? Ganz, ganz langer Shot vielleicht. Ganz, keine Ahnung, wilder Hot-Take vielleicht auch nicht. Aber ich glaube echt, dass es selbst eine Trainerentlassung scheißegal wäre. Die bringt vielleicht ein, zwei Spiele noch irgendwie einen Impuls oder so. Aber diese Mannschaft hat einfach ein Kernproblem. Sie hat ein Kernproblem. So, werden spannende Tage. Scheiß Spiel, Bankrotterklärung. Mal gucken, ob Labbadia fliegt oder nicht. Habe jetzt hier einiges gelabert. Das Ding ist auf jeden Fall länger das Fazit als der Vlog. Ja, eure Meinung in die Kommentare. Wahrscheinlich ist er eh schon da in dem Zeitpunkt, wo hier das Fazit kommt, wo ich das hier sage. Sieht nicht gut aus. Nach den Leistungen, wo du gegen Bayern sagst, ey, war echt in Ordnung? In Frankfurt auch in Ordnung. Kommt so eine Drecksleistung gegen Wolfsburg. Woche Lernstübhause und die, ja, die wird heiß die Woche. Die wird wild, die wird lang, die wird gerüchtemäßig voll. VfB-Fan sein halt. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020